Hallo liebe Kinder! Hallo Anka! Hallo Petra! Sollen wir mit den Kindern wieder einen kleinen Sitzkreis machen? Natürlich, gerne! Wir laden euch ein mitzumachen und zwar spielen wir doch immer sehr gerne bei uns bei den Behren das Elefantenspiel und wir haben uns überlegt, das wäre doch was, was wir alle drei mit euch zusammen spielen können. Also, wollen wir anfangen? Dann setzt euch hin! Es geht los! Mama Elefant, Papa Elefant und Baby Elefant gehen in den Wald. Mama Elefant zum Beispiel, die geht so. Papa Elefant zum Beispiel, der geht so. Wumba-wasa, Wumba-bu! Wumba-wasa, Wumba-bu! Und Baby Elefant, Baby Elefant geht so. Wumba-wasa, Wumba-bu! Wumba-wasa, Wumba-bu! Sie gehen also weiter. Und dann fangen Mama und Papa Elefant an zu quatschen. Wumba-wasa, 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 Wumba-bu! Und dann fängt Baby Elefant an zu spielen und spielt mit dem Fuß im Wasser. Und auf einmal kommt ein Krokodil und macht Schnapschen, Schnapschen, Schnapschen. Und das Krokodil, das kleine Baby-Krokodil, ähm, der kleine Elefant bekommt furchtbar Angst und fängt tüchtig an zu weinen. Wumba-wasa, 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 Wumba-wasa. Und das hören Mama und Papa Elefanten mit ihren großen Elefantenohren. Und die laufen ganz schnell runter zum Bach. Wumba, Waza, Wumba, Wuhu, Wumba, Waza, Wumba, Wuhu. Und Mama Elefant läuft auch ganz schnell. Wumba, Waza, Wumba, 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 Wuhu. Und die sind am Bach und fangen furchtbar laut an zu tröttern. Und das Krokodil erschrickt sich und schwimmt ganz schnell weg. Und da gehen Mama Elefant, Papa Elefant und Baby Elefant ganz gemütlich nach Hause. Wumba, Waza, Wumba, Wuhu, Wumba, 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 Wuhu. Und Papa Elefant. Wumba, Waza, Wumba, Wuhu, Wumba, Wumba, Wuhu, Wumba, Wuhu. Und Mama Elefant. Wumba, Waza, Wumba, Wuhu, Wumba, Wumba, Wuhu, Wumba, Wuhu. So meine Lieben, das war es glaube ich heute auch schon wieder von uns. Wir wünschen euch noch eine schöne Restprobe. Und wir hoffen, wir sehen euch bald wieder. Und ich hoffe das auch. Tschüss Petra. Tschüss Bär. Tschüss. 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 Tschüss.